Das ist das Ende. Hey, pass auf, wo du hingehst. Kannst du nicht sehen, was du tust? Ja, das ist das Ende. Das ist okay. Das ist kein Traum. Das ist ein Wunder, ein echtes Wunder. Es sieht so aus, als ob es allen gut gehen würde. Ich habe gedacht, dass alles zerstört werden würde. Aber alle sind am Leben. Das Einzige, wie ich das Ganze beschreiben würde, ist ein Wunder. Ist es die Wiederbelebungskraft des Drachens, dass er das Leben zurückgehalten hat? Das hat mir so Angst gemacht. Aber ich denke, das ist, was Sie meinen damit. Eine Krise vorbei ist ganz einfach vergessen. Egal. Alle sind wieder ganz frisch. Das hatten uns Angst gemacht. Das war die extremste Definition von beängstigend. Ich bin leider schon aus dem Bildschirm raus. Wo bin ich eigentlich? Hey, sag mal. Bist du Shepard und Buster? Oh, das seid ihr. Das ist großartig. Was für eine Erleichterung. Hey, alle. Shep und Buster sind hier. Ihnen geht's gut. Shep und Buster. Jack hat gesagt, dass er euch treffen möchte. Shep und Buster. Danke so viel mal für alles. Und dass ihr Jack und einanderen geholfen habt. Die Welt würde total zerstört werden. Läge es nicht an euch. Um ehrlich zu sein. Ich hatte solche Angst im Moment, an dem Jack die letzte Nadel gezogen hat. Aber ich hatte Glauben. Ich hatte Glauben. Aber ich habe so eine Angst gefühlt so stark. Es hat sich so angefühlt, als würde meinen ganzen Körper auseinandergerissen werden. Aber wie du sehen kannst, ist alles okay. Wir haben etwas wiedererlangt. Etwas so unglaublich Großes. Ich weiß nicht warum, aber ich kann meine Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Was ist das für ein Gefühl? Was könnte es sein? Das ist das erste Mal, dass ich dich weinen sehe, Sadie. Du bist so süß. Jetzt, wenn ich dich so angucke. Hä? Woa, woa, woa. Hört auf, hört auf, hört auf. Hört auf, auf mich herumzutreten. Sogar Maulcrickets sind doch lebendige Kreaturen, wie ihr wisst. Stichel, Stichel. Hihihi. Wer hat dir in den Rücken gepokt? Rate mal wer. Ich bin es, Wes. Und ich weiß nicht. Ich bin Alec. Ich hab dich nicht in den Rücken gepokt, Schippenbuster. Ja, er spielt so unschuldig, aber Wes war derjenige, der es getan hat. Wir sind beide am Leben und uns geht's gut. Ist das nicht richtig? Uns geht's beiden gut. Äh, Oxygen? Wir haben uns noch gar nie getroffen, oder? Ich? Mein Name ist die Rope Snake. Ich habe darüber nachgedacht, ein ruhiges Leben als Snake Rope jetzt anstelle von Rope Snake zu führen. Aber ich finde das irgendwie traurig. Aber sag einfach, äh, sag einfach Danke, wenn du mit mir redest. Und einfach, dein Kiefer hat uns alle gerettet. Keine gewöhnliche Schlange hätte das je tun können. Noch, noch, noch eine, ein gewöhnliches Seil. Ha, dieses Gespräch, äh, ist irgendwie ganz lang. Wie die Schlange, die ich bin. Aber ich bin froh, dass wir uns, äh, kennengelernt haben. Schippenbuster, oder? Ich werde mir sicher, dass ich diesen Namen einfach in mein Gedächtnis einbringen kann. Hab ein gutes neues Jahr. Ein gutes neues Jahr. Salsa! Jetzt, wo mein Speicherjob vorbei ist, denke ich, dass ich, äh, mich niederlassen werde und mich um die, äh, Kaulkorben kümmern würde. Danke für alles. Oh, ups, das war zu schnell. Ähm, umgefallen. Ja, meine Lieblinge. Umgefallen. Ich habe ein Nase gestoßen am Boden. Wuff! Mir geht's auch gut. Gibt's da noch was zu sehen? Du hast irgendetwas gestoßen, das herumrollt. Das, äh, Ding, das wobbelt und rollt mit Glee. Es sieht so aus, als wäre irgendetwas drin, aber du kannst nicht wirklich sehen, was es ist. Dein Fuß hat was Kleines und Rundes gestoßen. Oh, das ist der Türknopf. Du hast den Türknopf endlich erhalten. Scheppenbuster. Ich fühle mich so unglaublich dankbar für alles, was ihr getan habt. Danke für alles. Ich wünschte, wir könnten für immer zusammenbleiben. Wir haben uns gerade getroffen, aber jetzt muss ich schon wieder auf Wiedersehen sagen. All die Leute in dieser Welt wurden gerettet. Dank euch. Danke, Scheppenbuster. Ha, das war aber Spaß, Scheppenbuster. Ich hoffe, wir werden uns bald wiedersehen. Wir können uns so oft wiedersehen, wie wir wollen. Scheppenbuster. Bye. Äh, wie sieht die Welt bei euch aus? Hier sieht es so aus, als wäre viel Arbeit da, aber wie sieht es mit eurer Welt aus? Ist alles okay? Hey, andere Welt. Bitte seid gut zu Scheppenbuster. Danke. Auf Wiedersehen. Goodbye. Goodbye. Dank euch so viel mal. Kommt ein anderes Mal wieder zurück. Danke für alles. Scheppenbuster, wir werden uns wiedersehen, oder? Bitte, vergibt uns, vergesst uns nie. Auf Wiedersehen. Danke. Wir hatten wirklich viel Spaß, oder? Danke. 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 meine lieben Freunde. Das war Mother Dry zusammen mit mir, Wastaflex und dem lieben JackShepard82. Guckt euch den Abspann an. Es war wirklich eine Freude, dieses Spiel wieder zu spielen. Sehr emotional, das Ende. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mein Lieblingsspiel. ist alles gewoon game. Danke. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018